So hallo zusammen hier ist wie der Sarge mit einem weiteren Spiel aus Arena of Valor. Wir spielen Ra's. Es ist kein Ranked und irgendwie haben wir hier drei Jungler oder so. Einer ist AFK, Munganga. Alter ja das ist großartig. Einfach großartig. Gut dem helfe ich kurz und dann gehe ich mal top. Okay Munganga ist aufgewacht, das ist schön. Er hat allerdings Smite dabei, das ist nicht so schön. So und was haben wir? Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Ach ja doch. Ein bisschen Free Damage hier. So dann gehen wir mal weg. Wer weiß was da jetzt kommt. Oh habe ich da gerade jemanden gesehen? So das wäre schon mal. Wen haben wir jetzt hier? Okay mit dem möchte ich mich nicht so anlegen. Na ja. So. Was geht denn da ab im Jungle? Wollen die invaden? Ziemlich aggressiv hier alles. Gut dann wollen wir mal schauen. Boah alter. Ja. Jawoll. So und jetzt nix wie weg. Das lief aber gut. Gut geromt. Und für Splat geholt. So wir gehen wieder auf unser Standard erstes Item. Was ist denn da los? Wieso? Ein Ally? Das ist aber nicht so gut. So mach da eine Range Vergrößerung und dann bin ich weg. Wenn sie da rankommt, mach ich meinen Insect. Wenn sie da rankommt, mach ich meinen Insect. So. Haha. Der dritte Auto Attack ist ein Ranspringen und das macht immer Spaß. Weil es auch viel Schaden macht. So. Ich würde sagen, dass es ein... Ah. Was ist das denn? Ein vielversprechender Anfang. Ups. Oh. Okay. Ja. Dann würde ich sagen... Weiß nicht. Soll ich Mitte bleiben? Soll ich runter gehen? Wir haben gerade die Lane ein bisschen geswitcht. Okay. Dein Heal ist auf jeden Fall noch nicht ab. Hoffe ich mal. Ja. Ja. Nicht erwischt. Ah. Ja. Okay. Jetzt habe ich sie nicht erwischt. Mein Insect hat leider nicht funktioniert. Gut. Runter brauche ich auch nicht gehen. Da ist alles druckmäßig am Stizzl. Was willst du eigentlich? Was willst du? So. So. Jetzt haben wir Schaden. So. Wo ist sie denn hin hier? Die kleine Bitch. Da ist sie. Okay. So. Okay. Jetzt gehen wir mal Top mit hin, wa? Wollen wir nochmal für Ruhe sorgen. Scheiße. So. So. Ist er da im Gebührstein? Oh nein. Nee. Bäm! Da hast nicht mit gerechnet. Okay. Läuft. Ah. Ah. Ich muss kurz weg. Ah. Der ist echt noch entkommen Mensch, jetzt geht er rum, verdammt So, wir brauchen auf jeden Fall Was haben wir denn für Schaden am Start Eigentlich hauptsächlich AD Das heißt, wir kaufen uns die AD-Schuhe Und als nächstes holen wir uns Lebens Äh Oh Die rotieren uns schon wieder Irgendwie hier zu Tode Na, willst du hier durchkommen Irgendwie, vielleicht So Das war vielleicht ein bisschen risky Aber den Kill habe ich mir verdient, oder? Ah Kacke, alter, Cephas Hm, okay Gut Bald habe ich Lebensregeneration Dann kann ich ein bisschen mehr machen Aber die rotieren echt gut Wir müssen jetzt langsam mal noch Obwohl, wir haben schon Zwei Tower So, den Wie baut denn der überhaupt? Der baut Tanki Aber gegen AD Das wird spannend Alter, wie ist denn der schon wieder weggekommen? Hat der etwa Ah, schnell laufen hat er Das ist ja super Ich bin nochmal weg, alter Nein Wo ist denn meine Energie? Verdammte Scheiße Verdammte Scheiße Warum Das ist ein bisschen das Problem von RAS Die Energie Er braucht zwar kein Mana Aber Energie Keine Energie Kein Schaden So Nein Nein Scheiße Alter Dieser Cephas Verdammt nochmal Ach Dieser Cephas Was ist denn das bloß? Physisch Physisch Ja Ich bin eigentlich mit den Schuhen ganz gut dabei Gut Gut Als nächstes muss auf jeden Fall Das Ding her Ich brauche mehr Schutz Alter Alter Die Racken ja richtig Was bin ich schon wieder so tief drin? Verdammt Verdammt nochmal Da wollte ich überhaupt nicht hin Scheiße Irgendwie hat er sich immer zum Falschen orientiert Ich habe immer Autotext gemacht Nach unten gesteuert Und er ist immer wieder nach oben gesprungen Das war nicht meine Absicht So Die ist 14 Alter Die ist auch schon gefiedelt Wie blöd Oder Ne geht Immer schön Nein Was ist denn Was ist denn da los? Schon wieder Ah Ganga Ganga Alter Okay Die wollen uns irgendwie tilten Aber Wir lassen uns nicht tilten Von dem Chat So Ähm Ja komm Machen wir jetzt einfach Gehen wir auf Damage Komm Scheiß egal Bauen wir unser normales Bild auf Was baut denn hier Lubu Oh Der baut gegen mich Das ist ja blöd So Ist das eine Falle Im Moment begangen Da kriegen sie den gekillt Oder nicht Oder nicht Oder was Die kriegen ihn nicht gekillt Ich muss weg Alter Wie sie mich überficken Boah Ich glaube ich bin ein bisschen low Aber nur ein bisschen Gut jetzt Kommt jetzt noch Schaden rüber hier Ja Bald So So Jetzt nur am Leben bleiben Hier Ja man Ja man Ich defende die Base Was willst du denn Wir brauchen irgendwie ein bisschen Tower Nein 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 Den attacken wir jetzt nicht Was bist du denn irre oder was Wir müssen jetzt einfach mal ein Teamfight gewinnen Oder hier jemanden raussnacken Oder hier jemanden raussnacken Solange die alle am Leben sind Habe ich ein ungutes Gefühl Gut den haben wir schon mal Das ist doch schon mal super Aber jetzt sterben sie wahrscheinlich alle Fuck Ne da gehen wir lieber nicht hin Alter Da gehen wir besser nicht hin Nein Scheißen Ganga Penner Alter Ätzend Und jetzt gehen die rein und Und verlieren Alter Beim Ganga will ich aber nicht reingehen Ja Ähm Dumm gelaufen sag ich mal Aber manchmal Ähm Machst du halt nix Also ich hoffe es hat trotzdem Spaß gemacht Bis dann Äh Ciao Bis dann Bis dann Bis dann Ciao Ich whoo